Hallo Leute, ich bin's Lara und wir sind hier bei Ski-Block-Lucky-Block. Okay, starten wir mal das Spiel. Zack. Hol mal alles raus. Machen wir mal hier diesen Block auf. Hey was, hier ist hier nichts drin. Schon wieder! Jett, hey Jett! Tschö! Schon wieder schläpp, 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 schläpp. Nein! Ich bin runtergefallen. Goku hat auch gesagt, ich darf heute jeden Mal. Juhu, ich hab's nicht am Anschluss. Cool. Cooler! Ja, wir müssen uns mal weiter bauen. Okay. Okay. Goku ist oben links und... Oh, Goku! Ich bin eingesperrt, glaub ich. Ähm... Creeper! Blauer Creeper! Oh nein, ich bin wieder runtergefallen! Hier, warte, wo seid ihr? Ey, klapp! Ich geh doch mit dir. Hey! Hä! Du kannst antworten. Ja, hier ist noch ein klub. Ich bin noch so schnell drauf. Ich bin noch neugierig auf, wenn es so schnell geht. Jetzt nicht mehr fliehen. Das Ding hat Gokus lieben Leben gerettet. Jan, ich baue mal gerade uns weiter. Da, Gokus, schön, ne? Könnten wir uns hier weiter bauen? Jay, spinn's doch mal an. Komm ab! Tschö, ich büdel mich kalt zu der, ähm, Sandinsel. Nein! 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 Hatten wir nicht hier so, ähm... Was? Koko und ich sind gleich... Was nimmt man in die Insel? Koko hat die Insel erreicht... Ok, ich bin jetzt... Ok, ich bin jetzt... ...koko hat die Insel erreicht! Auch gleich an der Insel. Okay, das ist wohl die Klappkisse. Okay, die haben... Ich hab mich so irgendwo hin... Ich hab irgendwie die Arme nach vorne. Ich bin auch im Wasser. Ich muss nach oben tauchen. Ich muss nach oben tauchen. Hey, diese Lucky Plop-Dinger. Ich weiß, wie man die aktiviert, glaube ich. Hier, Essen! Ich bin hier bei den Essen. Okay, John, ich hab mich zum Essen hingefurrt. Gogo! Ich bin hier bei den Essen. Ich bin hier bei den Essen. Jetzt Lucky Block. Hey, John! Ich bin... Nein, nicht abtackeln! Du kannst das abbuddeln. Das ist... Ähm... Das ist doch, äh... Wolle. Oha, hier ist Dreck. Von Noob. Ich glaube, wir sollen überhaupt nicht das abbuddeln. Komm, warte, ich geh mal nach oben. Vielleicht ist oben ja was. Nee, da ist nix auf dem Dach. Scheiße! Guck! Spinn! Guck! 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 Nein, Gabi! Geh weg! Guck! 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 Creeper! Jol! Hier ist einfach n Creeper. Okay, ich mache uns nochmal her. Guck! Lali, lol, lol. Guck! 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 Puh! Ich hasse es! Mann, man könnte auch ein anderes Level nehmen, ne? Mann, ich geh mal hier oben hin. Und tu einfach die Lucky Block hier abbauen. Hey, Jed, du bist ja hier wieder! Ah! Okay. Ja, bunter. Hey, wer hat mich da hinten teleportiert? Die Luft! Ah, das war der Lucky Block! Ah, zum Glück hab ich nen Schwert. Mann, ich dachte mit nem Diamantschwert geht das viel einfacher, diese... die Luft! Die Luft! Hier ist ein Musik-Ding. Hey, hier! Steve, komm mal her. Also, Mini-Mauer. Also... Goku, Goku, Goku! Hier, Goku, Bitte schön, komm mal her. ja ich bin schwer für dich man ist ja voll einfach hin zu killen Nein! Leute ich ich bauch! Nein! Ich dachte da geht's weiter! Mann o Mann! No unpacking. Okay! Tschöööö. Leute, komm! ittäin! Jebbie, jeb, jeb, du bist ein Jebbie, jeb, jeb, du rebelst. Doch du bist blöd, man. Kannst du den mal auf... Warte, mach mal bei den Besucher. Mach bei J-I-M... Mach mal bei Louis. Besucher. ja so geht es, weil dann kann er uns nicht runterschutzen ok, Goku, ich bin hier oben gut, 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 ich bin auch bei dir gut, gut, gut hier, hier können wir ein paar Sachen, die wir nicht brauchen hey, hast du Hunger? ich hab was möchtest du rote Beete? gib ein bisschen rote Beete möchtest du mehr? ok kann man Kartoffeln braten? oh, komm, komm, komm ja, komm, 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 ich hab sie lost komm, warte, ich schaffe es darüber zu springen warte, ich nehme mal mein Schwert in die Hand weh, du dich, du dich einfach nach teach einfach nach die Klinik der Klinik K K K K der und d er hat kann die Dingsnummer das ist ja dahin kann r 8 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Wir sind aber schon gut voran, ne? Hey, da hinten, guck mal! Leute, wir sind echt gut versorgt. Weil wir haben richtig viel Gemüse. Haben wir auch hier Obst? Also wir haben viel Gemüse, aber kein Obst, aber ist egal. Weil wir sind halt, ja, Kürbis auch. Wir könnten eigentlich auch einen Kürbiskuchen machen, ne? So, ich habe endlich den Sprung geschafft! Nein! Nein! Oh, zum Glück ist der Creeper jetzt endlich mal weg. Oh, ich glaube, nix im Level wird es mega. Oh, ich hoffe, wir schaffen es heute, alle Level zu schaffen. Also die Ernte wächst. Was ist das denn? Oh, ein Schaf. Mann, wann kommen wir endlich wieder? Lucky Blöcke! Oder ist das die einzigste Insel mit Lucky Blöcken? Oh, ich glaube, nix drin. Mann, du Vollidiot! Ja, Louis ist immer der dummste von allen. Leute, ja, nein! Ich bin reich! Nein! Leute, gebt einen Daumen hoch, wenn ihr auch meint, dass Louis dumm ist. Also ich glaube, ihr könnt uns... Tschüss, Gokko! Er trinkt gerade! Hey, da unten ist Redstone! Ich hole einfach mal Redstone! Wir brauchen alles, ne? Wir brauchen alles, ne? Ich kann dich hören. Außer einen, der immer stört. Okay, ich tue jetzt mal gerade das Redstone hier abbauen. Redstone habe ich abgebaut. Nein! Oh, ich dachte gerade, ich falle da und das war der. Spitzacke? Die hab ich gekriegt aus dem Lucky Blöcken. LOL, da ist ein Pasmarakt! Ich hab auch schon einen guckt. Nein! Ich muss richtig nah sein, damit ich es kriege. Okay. Okay. Was ist? Du bist down. Don't let me down! Don't let me down! Don't let me down! Man, ich kann hier überhaupt nichts anfangen, weil ich hier hab' ich hier gar nichts. Ja, mach' ich ja auch immer! Ja, mach' ich ja auch immer! Diamant! Diamant! Hey, da ist oben sind Bienen! Ich werd' mich jetzt da hinten hinbuddeln. Ich werd' mich jetzt da hinten hinbuddeln. Also schaufeln mit ihm. Du, ja, Mann! Schon wieder, Mann! Kann ich schon mal ein bisschen hier abbauen? Was ist denn denn hier? Keine Ahnung. Mann, ich könnte mir irgendwas machen aus der Wand bestimmt irgendwann. Mann! Wieso kommt da nix raus aus diesen Dingern? Oder, da kommen verschiedene Sachen raus aus diesen Lucky-Blöcken, Riesen-Lacken-Blöcken. Ich hab' zwei Tierhäste. das ab das fehlt halt der dreck drunter man und du kriegst auch noch herr wieso kriegst du die nicht hier ist noch einer und das ich bin hier gerade sind die schule kann das geil man weil er schenkt mir einfach einen diamanten und ich glaube er hat aus versehen zwei die ja helme gemacht deswegen hat er bestimmt nie welche geschickt also gibt bitte ein like und abonniert goku damit er mit ihr auch ist wie nett goku ist auch wenn er nur etwas falsch gekraftet hat ist der traurigst du nicht also es ist der beste youtuber auf der welt ähm Julean dagegen ist voll der loser er ist wirklich der Noob wirklich 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 aber wenn nur TV Julean hier guckt ich habe nichts gegen den also er ist nur ein normaler Mensch wie wir aber er ist halt ein Angeber deswegen habe ich was gegen den also nicht so richtig ich hole mir gerade das eisen hier man wie viel eisen und hier gold und diamant ist also in den hauptstaat hier ist kohle da hinten sind diamanten glaube ich ich kann es nicht sehr ich kann da hinten also goku ja ja ich vergessen es manchmal also ich weiß nicht wer jan ist aber manchmal denke ich mir hä wieso sag ich schon ich kenne gar keinen jan was soll ein jan sein ist das ein name oder ist das ein spruch ich glaube es ist ein spruch John 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 wir rappen John 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 ja wir rappen ok ich will mir erstmal ein bisschen mehr steine damit ich mich weiter buddeln kann ähm wir sind gerade in der ersten Welt also ich glaube die zweite wird aufregender oh die hinten wird wirklich aufregender also ich hole mir gerade ich bin auf dem Weg zu eisen ähm 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 wie heißt das noch ah nein ich bin runtergefallen das ist so schrecklich weißt du wenn man sich einfach runterbuddelt und dann kommt einfach ähm ich kann ja schon in die zweite Welt da hinten sind die ja ok Leute also ich habe Kohle und ich habe Eisen und Gold was soll ich zuerst schreibt mal in die Kommentare was ich zuerst ähm braten soll hast du ähm ich hab Gold und ich kann einfach beides braten also ich hälfte euch mal hier bei also ich hab nicht so viel von ähm Kohle da ja ich bin auch in die Leute ja 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 Also, ich glaube, Jay ist, ähm, auf NoobPVC Julians Seite, weil er ist doch auch ein Noob, deswegen. Okay. Mann, schade, dass nicht meine Tante heute kommt, ne? Ich dachte, schau, ist das dann schief? Schief? Juni! Hör auf, Mann! Jay killt mich die ganze Zeit. Also, es macht voll Spaß, mit dem Controller oder mit dem PC zu spielen, Minecraft. Aber mit dem PC ist es schon ein bisschen schwieriger. Hä? Mal sehen. Hier, mein Eisen ist hier. Mal braten. Hey, Jay, hallo. Hallo. Blue, Blue, Blue. Hier, Jay, ähm, hab ich... Hier, Jay, guck mal. Bitte? Bleib mal hier stehen. Ich geb dir was. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Warte, wo? Leute, ich bin da schreit. Danke. Wenn ich Diamanten finde, dann kann ich dir ja ein paar geben. Aber auch es brauchen... Hey, das sind doch meine. Ah ja, die brate ich ja auch gerade. Hier, aber Luis, hier ist etwas auch für dich. Ich brauch's gerade ein bisschen geiler. Hey, Luis, wo bist du? Ich hab' noch ein paar Sachen zum Verschenken. Wer möchte ein paar Sachen zum Verschenken haben? Ich? Hab' ich noch wieder ein paar Sachen zum Verschenken haben. Sondern hab' ich noch wieder ein paar Sachen zum Verschenken haben. Darf ich das? Warte, ich muss echt... Was hast du, sagst du ja? Nein, Jay, hör auf. Ich geb's dir gleich. Warte, hier. Deine Sachen wieder. Spiderman, 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 Spiderman. Also ich kann ja etwas warten. So, hey, hier, Jay. Ja, ich geb' dir gleich was. Jay, darf ich den Faden? Faden. Nein, Leute, nein. Nein. Ich hab's mit ihm, glaube ich. Ich hab's mit ihm, glaube ich. Ich hab's mit ihm. Okay, ich hab's mit ihm. Nein. Nein, ich hasse es. Ich bin auch runtergefallen. Hast du schon wieder Lackglöcke abgebaut? Oh, jemand hat mich runter... Ich weiß, wer es war. Es war ein Skelett. Jemand hat mit dem Pfeil im Bogen, also das Toilette hat mit dem Pfeil im Bogen, mich abgeschossen. Genau an dieser Stelle. Und es kam... Oh, Möbel. Was ist denn mit dem Pferd los? Das liegt ja auf dem Rücken. Wie heißt das Pferd? Wie heißt das Pferd? Ginabumm. 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 Okay. Also Goko hat 20 Smaragd. Wir müssen ein bisschen aufholen. Aber ich hab's ja Goko auch eingegeben. Oh Mann, ich hab mich gerade gerettet. Also ich tue mich schon mal auf diese Seite buddeln, weil da hinten ist irgendwie glaub ich so ein Creeper, Diamanten sind da hinten. Oh Leute, ich bin gleich bei den Diamanten. Ja einen Diamanten. Ich weiß glaub ich wie ich das machen werde. Wo? Bei dir? Ich glaub das ist so eine Art ähm. Oh hab ich jetzt? Ah ich hab nur Dreck. Also Crane. Ich hab hier Diamanten und Maracke. Der Diamant uns mehr richtig. Was ist denn? Oh nein, hier werden diese Dinger gespaunt. Ich bin gerade. Ähm. Ähm. Warte, wir treffen uns einfach mal da wo, da wo das Haus ist. Ja man. Ja man. Warte, wir treffen uns. Hallo. Okay. Oh der Baum ist gewachsen glaub ich. Hast du den? Hast du den gewachsen lassen? Hey. Da war gerade eine Ente in einem Haus. Okay. Ja warte. Wo bist du? Hier bitteschön. Hier. Hier. Das war alles. Und ich hab noch das hier. Da. Oder möchtest du ein Lapizot? Nein. Ähm. Was brauchst du? Ich hab noch eine. Weg fahren. Ich hab eine. Ich hab eine. Wisse. Ich stell die mal hier hin. Danke, dass du auch die Schuhe brauchst. Was willst du denn denn? Da kannst du mir eine ähm. Kannst du mir diese Schuhe kraften. Diamantschuhe? Diamantschuhe? Oh nein. Ohch. Ach, Manno. Aber nein, ich wollte Diamantschuhe. Ich wollte Diamantschuhe. Und keine doofen Eisenschuhe. Tschööööö. Wo waren wir denn noch nicht? Also, wir waren noch nicht da hinten. Da waren wir noch nicht da. Ich glaube, ich werd mich da hinten hin. Hier, ich hab was für dich. Hallo Schafi, schön. Ist das ein Typ oder sowas? Kies. Nein, Kies ist kacke. Ich brauch das hier, das hier. Ich bin runtergefallen. Mann, ich hasse es, wenn man runterfällt. Okay. Weiter geht's. Diamant. Diamant. Okay, Leute. Wir werden das schaffen. Dieses Level werden wir heute weiter gewinnen. Dieses Level werden wir erfolgreich weitermachen. Okay, Bambus brauch ich nicht. Also, die Sachen, die ich nicht brauche, die kommen in die Lava. Ja, ich bin endlich da. Enkel. Ich tue etwas in die Kiste rein. Falls hier keiner eine Rüstung hat, ich hab eine Rüstung dahin getan. Ich hasse es. Ich bin schon wieder runtergefallen, weil ich hab vergessen zu sneaken. Also, die sich hinzuknühen. Also, was man macht. Schade, dass man dich so in Minecraft hinsetzen kann. Also wie Katernetic Stunt oder Icky oder Dandy, Buffalo, Caroline. Jo, du bist das ein Pillar. Ja, ist er. Was ich so cool finde, wenn man sneakt, kann man nicht runterfallen. Weil man steht dann an der Seite. Ich mach mich gerade mal, das ist auch so so cool. Hey, der verkauft Lucky Blöcke. Hey Leute, wir brauchen richtig viele Steine. Komm, komm mal zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Ich hab null. Ich brauchte die ganzen Steine, um sich zu buddeln. Hier, ich bin hier hinten. Siehst du mich? Hier komm Jay, hast du Steine? Ja, ich hab's schon. Komm mal mit. Kannst du mir die geben? Hier, zu mir. Hier, zu mir, gib. Jay, gibst du mir die? Kannst du mir die geben? Kannst du mir die geben? Also wir machen sie einzeln dann auf, okay? Man, die Lucky Blöcke zu machen sind wirklich gut. Nein, daraus kann ich das nicht machen, weil sonst verbrennt die Wolle. Ich brauche Steine oder sonst noch was. Aus Kies kann ich das machen. Aus Kies kann ich das machen. Da Kies. Ja, genau. Wir werden das schaffen, ne? Wir werden das schaffen, ne? Ich brauche was Wasser, deswegen muss ich hier runter. Ich brauche was Wasser. Okay. Der ist da hinten. Stopp. Okay. Goku hat zwei Lucky Blöcke gekriegt. Und jetzt werde ich ein bisschen buddeln, damit ich Steine kriege. Oder ich nehme sie einfach vom Haus. Ja, ich nehme sie einfach vom Haus. Du, 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 du. Du, du. Mann, ich muss mir mal irgendwas kraften. Crafting Terrell. Mann, ich muss mir mal was. Mann, ich muss mir mal was, 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 ich muss mir wie viele steine habe ich jetzt? ok, ich glaube die reichen ich hol ein bisschen mehr Jay, hilf mir mal hoch! schön für dich nein, du wirst nicht das danke Jay ich hab auch zwei gekriegt, Lucky Blöcke zwei Lucky Blöcke hab ich gekriegt John, ich kann dir sagen, wo du steine herkriegen kannst hier beim Haus hey dann kann ich gehen nein nein ich dachte, das wären richtige Steine nein nein ich bin wieder gestorben Leute das ist so doof wenn man sterbt ok voll ich hab auch Lucky Blöcke zwei Stück jetzt goku willst du goku 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 goku